Hallo Leute, willkommen beim Sims 4 Kendra Let's Play. Kendra will die Abenteuer der Sims-Welt kennenlernen. Dies ist Teil 117. Ja, über Nacht habe ich die Kendra ein bisschen authentifizieren lassen. Sie hat also ein paar so Sachen authentifiziert. Was haben wir hier gekriegt? Und später zeige ich euch die mal. Hier ein Erntemesser und auch eine Fälschung und so eine Maske. Und hier jetzt einen rauchigen Quarzschädel in schlechter Qualität. Ja, damit wir da einfach so ein paar fertige Sachen schon mal haben. Und die hätten jetzt zwar noch ein oder zwei Tage Urlaub. Aber irgendwie finde ich, sie haben hier kaum noch was zu tun. Wir könnten zwar noch mal in den Tempel gehen. Aber letztlich mache ich das ja mit Daphna oft genug. Und Daphna ist ja auch damit beschäftigt, die Bestreben zu erfüllen und das Ganze gründlich zu erkunden hier. Und hier unsere Kendra-Familie ist so ein bisschen davon dadurch gehandicapt, dass am besten jemand bei den Kindern bleibt. Und ich irgendwie auch die Kinder halt nicht mehr gerne mit in den Dschungel nehmen möchte. Das werden wir mit Jaras Kinderbande noch genug erleben. Weil ich denke mal, denen kann man das eher zumuten. Das sind ja Kinder einer Kinderbande. Die riskieren wohl eher mal was. Okay. Ja, darum überlege ich, ob wir nach dem Essen einfach nach Hause fahren. Denn sie haben jetzt hier wirklich viel ausgekundschaftet. Wir haben jetzt auch, ähm, ja, mit Puppen und ein Körbchen als Mitbringsel und... Ja, was sollen wir hier sonst noch machen? Außer in den Dschungel gehen. Und die Kinder wieder womöglich in Gefahr bringen, dass sie sich ernsthaft vergiften. Was ja ganz schrecklich wäre. Ich gucke gerade nochmal, ob wir hier irgendwas rumliegen haben. Was wir noch mitnehmen müssen. Aber ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir eingepackt. Ah, das Katzenklo. So. Ja, schön fände ich es, wenn wir in der nächsten Urlaubswelt irgendwas mit Strand hätten und wo es ganz viele Sachen gibt, die kinderfreundlich sind. Also dieses hier gefällt mir schon ausgesprochen gut. Ich liebe dieses Dschungelabenteuer. Ja, aber ja, als zusätzliche Ergänzung wäre ein Strandurlaub mit kinderfreundlichen Möglichkeiten. Richtig toll. Das würde ich mir möglichst bald wünschen. Aha. David hat Kekse gebacken. Ja, die kannst du dann gleich mal in dein Inventar stecken. Wie? Ach, das ist eine Ein-Mann-Portion. Kekse nur für dich? Na gut, dann ist die halt. Sehr merkwürdig. So, er hat hier noch einen Dreckklumpen im Inventar. Aber ich denke mal, das lasse ich ihn jetzt nicht mehr ausgraben. Oder? Auf die Schnelle? Nee, da müssen alle auf ihn warten. Das ist in Ordnung. Wir haben genug solche Teile gefunden. Gut. Ah, und die Katze will ein Katzenklub. Dann würde ich sagen, brechen wir den Urlaub doch gleich mal ab. Ähm, mal gucken, wo das geht. Nach Hause reisen. Jawohl. Ja, tschüss, Selvadorada. Schön war's. Abenteuerreich. Und ich bin ja froh, dass Fina sich schnell erholt hat von der Vergiftung. Denn das geht ja gar nicht, dass ein Kind vergiftet wird. Das hat mir schon so ein bisschen die Urlaubsfreude für die Kinder eingetrübt. Und ich bin ja froh, dass ihr wieder zu Hause seid. Ja, die sehen ganz zufrieden aus. Und Mika, du kannst hier auch gleich wieder auf ein schönes Katzenklo. Dann hole ich jetzt mal irgendwie eine Vitrine. Vielleicht irgendwas, was man da in die Ecke stellen kann. So, Baumodus. Sehr viel Platz haben wir ja irgendwie nicht. Oh, hier ist allerlei Krempel im Haushaltsinventar. Aber das will ich gar nicht. Ich will hier, ich glaube, bei Oberflächen. Und dann vielleicht hier. Jetzt gucken wir mal, was platzsparend ist. Und man kriegt trotzdem schöne Sachen unter. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier vielleicht Sinn macht. Mal gucken, ob wir die Sachen da gut unterkriegen. Weil viele von diesen Verkaufsoberflächen bieten weniger Platz, als man gerne hätte. So, aber ich gucke das jetzt einfach mal an, ob das geht. So, in erster Linie muss natürlich der schöne Teller irgendwo hingestellt werden. Der passt hier nur so drunter. Das sieht nicht gut aus. Also, gucken wir noch nach was anderem. So, du kommst wieder weg. Und dieses hier ist schon zu groß. Ich meine, im Zweifelsfall stelle ich einfach so ein Tischchen hin. Dieses hier, das wäre vielleicht was fürs Elternschlafzimmer. Mal gucken. Haben wir da genug Platz für irgendwelche Krempel? Knapp. Da haben sie nun so eine große Bude. Aber für Ausstellungsräumlichkeiten reicht es trotzdem nicht. Könnte höchstens das hier vor das Bett stellen. Nö. Oder hier rein. Oder hier rein. Ist auch, obwohl, warum eigentlich nicht? Dann stellen wir hier die Staffelei hier hin. Und dann ist das hier das Mini-Museum. Ja. Und ich denke mal, die wichtigsten Sachen kriegen wir da schon unter. Und für die anderen Sachen können wir vielleicht unten noch einen Tisch. Oder mal gucken. Vielleicht hier so eine Säule. Oder die sieht eigentlich schöner aus. So. Okay. Jetzt erst mal hier das Mini-Museum. Bestücken mit Sachen der Teller. Jawohl. Ich meine, so ein Teller ist immerhin 9000 Simulierungs wert. Und jetzt suchen wir mal nach dem Frosch. Ah, dieses Relikt, das kann man hier auch hinstellen. Das sieht ja toll aus. Auch wenn es nur für böse Flüche geeignet ist. Und hier haben wir den Frosch. Und dann ist das hier auch schon gut bestückt, das Mini-Museum. Und hier können wir eins von den authentifizierten Sachen... Eins war irgendwie ausgezeichnet. Das gucke ich jetzt gerade mal. Ah, das war die Vase. Ja. Dann nehmen wir hier die Vase. Und ich denke mal, das reicht dann auch schon. Gut. Ja. Und jetzt wollte ich was ansagen zum Thema Kendra Let's Play. Was ich schon eine Weile geplant habe. Und ich wollte aber erst mal mit denen fertig in Urlaub fahren. Denn ich will das Kendra Let's Play pausieren lassen. Es macht mir zwar viel Spaß mit Kendra und ihrer Familie. Aber ich habe einfach zu viele Let's Plays. Und ich muss da ein bisschen was abbauen. Und ich möchte auch zum Beispiel die 100 Baby Challenge wieder öfter spielen können. Und mit meinen vielen Let's Plays und was ich alles angesammelt habe, kann ich viele von den Sachen nur einmal in der Woche machen. Und das ist mir eigentlich zu selten. Und da die Kendra Videos nicht so oft angeguckt werden und wir eigentlich auf die Kendra Sachen verzichten können normalerweise, dachte ich mir, ich lasse das Kendra Let's Play pausieren. Ich hätte zwar noch eine ganze Menge Ideen gehabt, was man mit denen machen könnte, aber es macht wenig Sinn, sich vor lauter vielen Let's Plays irgendwie total zu zerfleddern. Ich habe in letzter Zeit einfach auf zu vielen Hochzeiten getanzt. Also auf zu vielen Let's Play Hochzeiten. Ja, und wenn aber mal ein neues Pack rauskommt, wo ich kein extra Let's Play machen will, aber vielleicht ein paar Folgen oder so, kann es durchaus sein, dass ich die Kendra mal wieder hervorkrame. Und wenn ich mal weniger Let's Plays habe und denke, ach, da könnte man eigentlich wieder was dazu nehmen, dann vielleicht auch. Also ich will die jetzt nicht vollständig begraben, denn es hat mir Spaß gemacht mit Kendra. Ja, und euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!